Jetzt bin ich froh. Ja. Geht doch, Alter. Zwei, jetzt gibt's doch so. Und das zweite Schiff kommt ja auch noch. Jetzt kann ich mal die Segel setzen, ne? Oh, Eiweite runter, oder? Alle Schiffe durchgelaufen. Alle Schiffe durchgelaufen. Boah, alle Alten drauf, ey. Das ist da noch der Zeus verbergt. Ich sag ja, er spielt an Scheppern. Jetzt kommt noch das dritte, Alter. Draht 48, oh, da kann man nicht meckern.